Suchen Sie wen? Ja, Frau Weinstein. Im ersten Stock links. Dankeschön. Warten Sie, ich trage Ihnen den Koffer. Ach nein, das ist aber nicht nötig. Och, mir macht das nichts aus. Ich bin tragen gewöhnt. Vielen Dank. Bringen Sie die Post hier schon lange ins Haus? Seit einem Jahr jetzt. Da haben Sie meine Briefe auch hier drauf getragen. Ihre? Ja, für meine Tochter Gerda Zubel. Ach, das ist Ihre Tochter. Ja, wieso kennen Sie sie? Ja, ja, junges Mädchen, lange dunkle Haare. Was, lang? Trägt Sie sie jetzt lang? Komisch, habe ich gar nicht gewusst. Na, lang finde ich nicht schön. So, hier ist es. Danke. Tja, wenn Sie die Mutter sind, dann können Sie ja den Brief gleich selber geben. Natürlich, gerne. Und vielen, vielen Dank nochmals. Bitte, bitte. Danke. Danke. Danke.